Das ist natürlich wieder für euch. Also das sind wir vielleicht ganz euch beständig im Nachhinein. Ach, schon fertig? Etwas nachvollziehen werde. Hä? Woran der denn hin? Ach. Ach, er muss die Bärnirgend auch noch besiegen. Oder? Ne, doch nicht. Ich komme, ich komme, ich komme. Du brauchst dich nicht umschauen. Ich komme dir immer hinterher. Ja. Ah, ne, den Kattenreifer. Wo ein bisschen Geld kriege ich, glaube ich, auch mit. Ich glaube. So, na dann, also. Was? Wo? Achso, du wartest erst mal, aber du bist voll gehielt. Ich folge dir. Achso, alt. Ah. Aha, oh. Super. Ja, tschuldig, oder? Ja, tschuldig, oder? Ähm, warum hast du den jetzt nicht gekillt? Ach, ich krieg jetzt bitte die Items. Achso, okay, das wusste ich nicht. Stimmt, ja. Er kriegt die Erfahrungspunkte und ich krieg die Items mit. So, also. Also, ich werde hier definitiv, äh, was, äh, was, das ist ein bisschen nachsynchronziert. Ich muss mal gucken, ob mir da nur noch was einfällt. Warte, ich bin schaulig. Juh. Glückwunsch zu Level 10. Ach, ich glaube, ich kriege so, ich muss da diesen Bären da. Ach nee. Die Bären rum. Ach, jetzt sind die Wiesenkrankenbären dran. Ja, dann mach's mal weiter. Ja, also, das ist natürlich... Äh, hallo? Ah. Ach mal, ich durchfäll dich jetzt. Tschüss, Mann. Oh, ich weiß schon. Ach so, okay, jetzt. Alles klar, ich muss die allein kühlen. So. Mal sehen, wann ich da weiter machen kann. Und? Ach so. Ach so. Oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020